Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight wieder im Geruso, schön, dass ihr da seid. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Die sind alle so Level 30 aufwärts. Rang, glaube alle 20, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich gehe aber hinten rum. Legen wir mal los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, jetzt haben wir mal davon gekommen. Huhuhu. Bis erst ein Generator an. Zweite, gut. Und... Okay. 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 Läuft ja bis jetzt ganz gut. Sagen wir, wenn ich so ruhig bin. Wir sind echt so angespannt in dem Game. Gutes Team bis jetzt. Okay. Sohn. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde gerne schon noch einen Generator machen. Alle raus. Gut. Erster Run heute und es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte schon welche an der Hand. 13.000 gemacht. Sehr schön. Killer war nicht schlecht. Der eifrige Pfleger der Hagen, die du im Keller gefunden hast, haben Interessen in die Tür gelegt. Die gelangene Erfolge werden schneller in die Tür gelegt. Okay. Ein starkes Berg. Gutes Berg. Sag ich jetzt mal so, ich bin jetzt noch ein Killer gewesen. Werde ich aber mal tun, müssen, machen, werden. Ich hole mich mal erst die Perks, dann hole ich mal die kleinen, weil irgendwann werden die außenrum weggefressen. Auf gut Deutsch gesagt. Ähm. Dann habe ich gemeint, jetzt kommt der und nimmt die immer weg, die ich nicht nehme. Ähm. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn es euch doch einen Gefallen hat, dann lasst euch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Habt ihr irgendwelche Ideen, Tipps, Tricks, schreibt es unten rein. Ich werde es auf alle Fälle lesen. Und sonst sage ich in diesem Sinne, wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Euer Karuso. Bye, bye.